down dahinter die im ernst wo ist er denn da ist einer hier er finischt mich das war's das war's hast du grad nicht gemacht ich hab's auch noch nicht streamen guck's dir im streamer bitte wir hatten beide du hättest einfach warten müssen wir hätten gegeneinander das war jetzt nicht dein ernst ne alter was kann ich mir nein ich will nicht das war so geil ich spür das grad so richtig hart das war so das war besser als ein wind alter du kannst dir sagen und er ist der gute spieler einfach ich bin von der base gefallen ich bin nach vorne gegangen und wollte ihn abknallen das war so lustig wenn das aus guckst du ja echt einfach mal im streamer das wäre der win mann ja oh scheiße oh das gucke ich mir jetzt noch mal im streamer oh alter das musst du dir angucken ach nein vor allem ich bin so richtig scheiße wir hatten einfach kemper ich war zu greedy da seh ich's aber dann ist das ich hab ich jetzt war vorbei bei mir ich dachte ich krieg nicht warum krieg ich denn 200 schaden bei der höhe alter der hättest du sogar vor allem links oben links und 150 0 und schon davor die frage von ich wollte jetzt hinter den springen und den mit der schaden dann weg machen warte 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 davor die frage noch davor die frage noch soll ich die welt noch höher bauen das ist geil jetzt da schießt du erst was hast du gemacht nein nein hast du nicht gemacht no more no more no more ok was kann ich immer wieder geben start time ich meine lians größter fail start time ich bin jetzt mal in die klassengruppe 212 end time ich bin ich wusste nicht dass man soweit noch vorne gehen kann also ich bin ich warte noch ich wollte noch vorne gehen und abknall dann war da dieses rote kreuz dann war da dieses rote kreuz